So, wie geht man über die Straße? Erst links, dann rechts, dann links. Nein, 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 erst nach links, weil von links kommen erst einmal die Autos. Also ich schaue nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links und dann gehe ich über die Straße. Wo war ich der Postler? Wo war ich der Postler? Wo war ich der Postler? Der Postler geht über die Straße, weil ich schneide. Da! Der Pinn hat... Jetzt pinst du ihn mal. Aber du darfst gerne leuchten, genau, super. Ihr habt es gleich geschafft. Ist es absichtlich, dass es zwei Blätter sind? Gibst du mir einen, Nico? Einzig mit Kranchen in der Schrift, wir müssen ein neues schreiben. Nehmt das, wo die Schrift lesbar ist. Okay. Ist egal. Du musst verleuchten. Die sehen nichts. Leuchte mal. Aufs Blatt, nicht ins Gesicht. Boah. Der wird ja toll. Ey, du übertreibst. Nee. Ich sehe was. Aber da... Aber die haben das wieder... Teddy, Teddy. Tutu ihn. Tutu ihn. Aber warte, lass mal, lass mal, lass mal. Die haben nämlich gesagt, das steht noch was. Auf dem Blatt, wo man es erkennen kann. Gibst du dich. Rauch. 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 Warte. Warte, die haben gesagt, da wo es lichtbar ist. Hauch. Warte, ich lese. Hauch. 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 Rauch. Rauch. Warte. Die haben gesagt, da wo es lichtbar ist. Da muss halt leuchten. Wo sind die... Ja. Also da steht aber nichts drauf. Da sind wir uns einig. Dann drehen. So, da einmal hinleuchten. Oder einfach umdrehen. Das haben wir auch nicht umgedreht. Ja, aber da war ja was, ne? So, was steht da? Rauch. Rauch nix. Welches Blatt ist es? Das erste oder das zweite? Leuchte mal nochmal da her. An der Schwarze heißt die Nachricht. An der Schwarze? Ja, ich weiß wo die ist. So, einpacken und weiter geht.